Oh, guck mal, die können sich, die können ja sogar so chillen im Schatten von diesem Weg. Voll nice. Warte mal, kann ich theoretisch das machen, dass es den Elefanten richtig geil geht, aber das ganze Zeug, was die brauchen, hau ich einfach alles auf den Jeweg. Hier, Futterspender, zack, auf den Weg. Kann ich den hier runterrollen lassen? Guck mal, wie sich der Elefant freut über seinen neuen Futterspender. Aber die asozialen Leute nehmen den hier einfach mit nach oben. Die blockieren sich hier auch komplett gegenseitig, weil die Hälfte halt den Elefanten sehen will und die andere Hälfte erstmal den Zoo betreten. Hier, ich geb euch mal einen Fußball. Schau mal, ob sie den Fußball nach oben bekommen. Die Elefanten freut's auf jeden Fall. Oh ja, starker Pass. Alter, könnt ihr mal mit der Scheiße aufhören? Was machen die beiden da? Okay, der wird immer wieder zurückgeholt an seinen ursprünglichen Ort. Dann kann ich doch eigentlich hier so ein Apparat aufbauen, oder? Die Elefanten finden das ganz geil. Hier kriegt ihr noch einen Rückzugsort. Wenn ich den Rückzugsort so baue, dann dürften die doch jetzt hier drinnen chillen. Hier, dann den Schlafplatz. Hier so einmal drumherum. Es sieht schon sehr zurückgezogen aus, dieser Rückzugsort. Wasserfall und Metallrahmen. Oh no! Ich find's geil, wie das die Elefanten einfach freut, was wir hier für eine Scheiße haben.